Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Wir sind gerade eben im Ladebildschirm vom letzten Part und ja, wir sollen die Farbkarte Waffen auf Herz und Nieren prüfen und dabei nebenbei, so ganz nebenbei aus der Banken Riesensmaragd stehlen beziehungsweise ausborgen, wenn ihr versteht, was ich meine. Freigeschaltet Farbwaffe. Okay, wie schaffen wir die Farbwaffe? Okay. Bam! Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow! Momentchen mal! Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über den Raum und dahin kommst du nur durch den Kanal. Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja, ja. Schon klar. Danke, Ellie. Okay. Goldene Steine, 17 von 450. Und Crater freigeschaltet. Okay. Braucht es. Entschuldigung! Polizeiangelegenheit! Ja, sehr wichtige Polizeiangelegenheit. Glaub mir. Okay. Okay, dahin. So. Los geht's. Oh, die hat aber an Speed drauf. Freut mich, dass du so schnell bist. Dun, 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 dun. So, da hoch. Da hoch. Okay. Okay, zum Glück hat er sich wieder umgedreht. So. Alles abräumen. Und nicht Kohle gesammelt. So. Bis hier. Dann kurz abkürzen und hier lang. Alter, warum wechselst du die Spur? Das ist unfair. Du darfst mich nicht raten. Ja, ja. Teuer wird alles. Das kannst du mir glauben. Besonders erst mal raten mit den Schibitzen. Okay. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Da lang, da lang. Boah. Ich darf nicht nebenbei hochladen und meinen Computer anhaben, weil wenn ich dann hochlade und aufnehme, dann stürzt er ab. Das ist mir schon zweimal passiert, während ich League of City aufgenommen habe. Komisch, aber wahr. Das Saatwasserkanal. Okay, machen wir kurz. Lassen wir da etwas so stehen. Zu ganz nebenbei. Naja, aufklappen. Bam. Komm. Und ab rein. So. Hinab in die Tiefen. Spezialauftrag. Schmutzige Arbeit. Oh ja, ich liebe diese Spezialaufträge. Die sind so richtig geil. So richtig. Da. 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 Fast fertig geladen. Fast fertig geladen. Jetzt lädt. Es ist lädt. Es ist lädt. Es ist lädt. Es ist lädt. Fertig. Nach der Sache hier muss ich sehr, sehr lange duschen. Das ist lädt. Ja. Ja. geht's ich bin in einem kanal ich zieh dich nur auf ich habe die bedienungsanleitung für die farbwaffe gelesen und erstmal musst du sie an einem farbwechsel auffüllen spitze allerdings sehe ich hier im kanal gerade kein entspann dich irgendwas sagt mir dass da unten irgendwo einer ist hoffentlich bekommt die polizeistation prozent bei einer reinigung so und was machen wir jetzt mit er was treten ist da kann wenn ich das denken aber komisch ja okay ist auch noch naja okay es hat die farbe gewechselt darunter kommen wir nicht her oder nee okay dann müssen wir wohl den weg hier oben das ist kaputt gemacht okay aufbrechen 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 so nehmen 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 und wo passt er rein wo passt er rein ich glaube da unten oder hier passt er rein und drehen kommt jetzt was dazu nee da ist der schlüssel da ist der schlüssel ok ich will gar nicht wissen wie dieser schlüssel in die kanalisation kommt ich auch nicht aber er kommt hier irgendwo her ne irgendwo her muss er schon kommen aufschließen und macht die tür auf so dafür wüsste ich gerne wieso er in dieses schloss passt diese rote schaltfläche sieht wirklich wichtig aus so rote schaltfläche da ok so ok und was jetzt macht die taille mal da unten kaputt so und jetzt da oben das bringt nichts oder ja das bringt nichts ganz genau diesen rohren müffelt es ja erbärmlich ok da kommen wir nicht rüber bis da bringt auch nichts naja warum habe ich nur nie rückenschwimmen gelernt ziehen können wir nicht wir sind so schwach dazu ok rüber 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 r Hä? Och, komm. Wieso wird denn sonst darüber? Ach so, da hoch. Mensch. Wie dumm kann man nur sein. Alter. So, aufbrechen. Dun, 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 so. Und jetzt, runter. Klappe zu, Alter. Ich sag's dir. Und das machen wir mit dem hier. Bam. Und runter. Und ich schon von Natur aus runter, also geht es. Bam. So, bam. Ab auf den Boden, mein Kleiner. Das ist dann wohl ein Farbwechsler. Okay. Dann gehen wir hier. Und schön aus. Der hat die nicht. Okay. Der hat die auch nicht. Okay. Dun, dun, dun. Im Moment ist da was Grünes in der Waffe. Sehr gut. Wenn du rot leuchtende elektrische Felder siehst, schieß mit der Farbwaffe auf sie, um sie zu aktivieren. Oh, hab eins über einer Schranke gesehen. Ich bin ganz heiß auf diesen Riesensmaragd. Er sei ja so groß sein wie ein Kopf. Gehörte wohl so einer königlichen Tante, die ihn dann verhökert hat, weil er zu schwer für eine Brosche war. Okay. Ich melde mich wieder. Okay, und wie geht's hier voran? Hm, gar nicht. Gute Sache. Verkleidung mit einem Feuerlöscher. Und Verkleidung mit einem Feuerlöscher können vorher löschen. Ach so, da drüben, da drüben der Arm. Ich verstehe. Na also. Na also. Okay, dann hier drücken wir die kurz rüber. Runter und aufbauen. So, fertig. Hoch. Nee, B, B, B. Rüber, rüber, rüber und runter. Naja. So. Aufknacken, aufknacken, aufknacken. So, 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 so. Und fertig. Hier geht's raus, oder? Ganz genau. Beziehungsweise zum anderen Gebiet, ne? Nun ja, auch in Ordnung. Schiss, ich hab was gefunden. Halt die Augen nach roten Fasswächslerkauf. Alles klar, rote Fasswächsler. Wow, dieser Smaragd. Er soll der rechensste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sich auf der Lüge hinterbärgen. Die sind zwar aufwertvoll, aber kein Verglas. Bam. Oh ja. Okay, der ist schon drunten am Boden. Und wir müssen mit dem Verbrecher da drauf schießen. Okay. Wir brauchen ne andere Farbe dafür. Okay. Polizist. Da längst. Und hier. So. Okay. Okay, gute Sache, gute Sache. Komm. So. Spreng's auf, mein guter Zündung! Okay, da kommt ja viel raus. Gut, gut. Ist das ein Boot? Auf jeden Fall etwas Mobiles auf dem Wasser, oder? Okay, die lilanen gibt's ja auch. Ja, coole Sache. X. Die können wir hier steuern. Okay. Mit L gibt man Gas und so lenkt man 8 einfach normal, ne? Okay. Okay, da haben wir's. Und hier hoch. Bam! Uiia! So, geschnappt. Bis hier. Kriegen wir nicht auf. Noch nicht, zumindest. Okay. Dann hier längs. Hier längs. Bam! Kriegen wir die irgendwie weg? Ja, irgendwie muss man's schon hinbekommen, ne? Komisch. Da hoch kommt man aber auch nicht. Hm. Okay, wieder dann zum Ding wechseln. Und hier. Eigentlich brauchen wir die... eine andere... Ah, so, okay. Ein Klo. Ein Klo ist auf der Seite, okay? Dann müssen wir da ganz schnell drauf, ne? Und wir nehmen die Kloschüssel. Und... Da rein. Ah, drücken. Und was passiert? Ja, so kommen wir nach oben. Okay. Bam! Bam! So, haben wir das. Wo ist hier ein Farbwechsler? Irgendwo muss er sein. Irgendwo muss er ja sein. Das kriegt wir noch nicht hin. So. Ah! Ah! Und dann machen wir so lange das hier auf. Hab den Farbwechsler gefunden. Roten Stein ist immer gut, ne? So. Eins von eins. Und... Nein. Nein. Hier, so. Rot. Und fertig. Jetzt kriegt der eine da mit. Und dann ist es fertig. Dann bam! Es geht runter und was bringt uns? Was ist das? Ah, das. Okay. Dann kommen wir da hoch und das ist fertig, ne? Okay. Gut, 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 gut. Rüber, rüber, rüber. Rüber. Runter. Rüber, 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 rüber. Und rüber. Hoch. Jetzt sind wir in der Bank drin, oder? Noch nicht. Warum eigentlich nicht? Nicht spüren? Der Riesen-Smaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Der Letzte, der Mist gebaut hat. Ach, es war eine große Schande. Was ist passiert? Konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Okay. Der haucht nicht nochmal einen weiter. So. Der aber. Da unten rein. Dann sind wir damit auch fertig. Alle Deckung! Gleich brennt's hier! BAM! Und auf, 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 auf. So. Up in and safe. Okay, das hier ist schon eine größere Sache. BAM, 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 BAM! Da kommt aber viel raus. Alter Schwede. Ich bin besser schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Hey, Chase! Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbernen. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silbermann. Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen. So, 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 so. BAM! Kapisch? Ja, das könnte hier ganz hilfreich sein. Eins von vier. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du auf, 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 auf. Hm, da drin war der Smaragd nicht. Zwei von vier. So. Das Silbert. Noch mal aufwenden lassen. Nee, ich will Silber. Okay, und dann noch das da vorne und dann haben wir es. Hm. Komisch, komisch. Naja. Und, hör. Sperr die Lausche auf. Fertig? Da drin auch nicht. Ja, logisch, ne? Es sind ja auch nur kleine, da drin sind. Okay. Dann komm her. Ah. Und rüber. So. Dün, dün, dün. Okay. Ah. Und wohin sollen wir damit? Da hin. Okay. Aufbauen. 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 Okay. Was sollen wir hiermit machen? Komisch, komisch. Naja, erstmal das hier. Dann haben wir da vorne alle. So. Ach, Leute. Könnte fast glauben, die wollen nicht, dass jemand den Smarag mitgehen lässt. So, da hinten. So. Na also, geht doch. Okay, jetzt weiß ich auch, wie man das schafft. So nämlich. Und los, 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 los. Da hinten nochmal einmal abhören, ne? Mal schauen, was hier drin ist. Und jetzt. Okay, bauen wir das mal. Ui, 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 ui. Nochmal ein Farbwechsel, ne? Okay, und der Wechsel zu grün. Okay. Grüne Farbe steht dir gut. Grüne Farbe steht dir gut. So. Die haben wir. Was muss man mit denen machen? Muss man die da rein? Ah. Okay. Nein, nochmal drehen. So. Bis. So. Noch einmal. Mit dem. So. So. Na also, ab zu den großen Smaragd! Yes! Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer du bist, du brichst das Gesetz. Ich denke, das wissen die schon viel. Das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben. Okay, wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Da vorne nicht, da auch nicht. Hallo, ich will hier raus. Ich würde hier gerne raus. Wo geht das? Irgendwo hier, ne? Hier. Ganz genau. So. Haha. Ganz aufgeschlagen. Das nenne ich mal einen K.O. Schlag. Okay. Kontrollpunkt abgeschlossen. Na ja, jetzt müssen wir nur noch an den hier vorbei, ne? Eigentlich recht simpel. Ich hatte da schon schwerere. Bam! Polizei wird von mir verhaftet. 1A. Also. Okay, hier. So, damit, 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 da hoch, da hoch. Okay, erstmal da an der Seite was. Bam! Und dann hier was. Mal schauen, was es bringt. Es bringt wahrscheinlich irgendwas, aber... Es ist wahrscheinlich nicht von nöten. Also nicht zwingend notwendig. Hm. Eine Zahl. Hm. Vielleicht Teil einer Kombination? Drei. Drei. Und da steht... Sieben. Sieben. Drei. Sieben. Drei. Sieben. Drei. Okay. Und wo soll man jetzt sieben, drei eingeben? Sieben, drei. Hohohoho. Sieben, drei, sieben, drei, sieben, drei. Ich muss es mir merken. Ich muss es mir merken. So. Was ist hier? Für den Superbau brauche ich viele Steine. Okay, und wo kriege ich die her? Da. Okay, und wo der muss... Wo rein? Hier. Okay. Tö, 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 tö. Okay. Das hier gibt... Nichts. Das hier gibt... Auch nichts. Das hier gibt... Auch nichts. Okay. Eindeutig. Jetzt ist klar, was ich machen muss. Nichts. Nichts ist klar, Alter. Ich kenne mich hier nicht aus. Okay. Sieben. Warte, welche Farbe hat er das? Das hat er blau, oder? Blau, drei. Okay. Rot. Rot, zehn. Zehn, 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 zehn. Da. Grün kriegt... Das ist schon grün, ne? Ja, grün kriegt die sieben. Nein, sieben. So. Na also. So, und Schlüssel. Wo gehört der hin? Der gehört hier rein, okay? Mal schauen, was dahinter ist. Bam. Natürlich noch umdrehen. Und dahinter ist... Ein Zehntausender. Und wir nehmen mal Dynamit mit. Kann ja nie schaden, ne? So. Darüber komm ich aktuell nicht, oder? Nee, da komm ich aktuell noch nicht rüber. Irgendwie braucht man hier Dynamit, ne? Glaub ich zumindest. Nee, Dynamit braucht man hierfür. Ich hab's nicht mitgenommen, ich Dummbatz. Ich, Dummbatz, hab's nicht mitgenommen. Ich bin der schlauesten Mann auf der Welt. Also. Jetzt aber. Rein. Und alles geht in die Luft. Bam. Wow, der hat mich fast überrollt. Okay. Da haben wir jetzt auch Zugang. Können wir mal kurz was abhören? Oh ja, wir nehmen mal ein bisschen was hier mit, ne? So, ja, reicht. Jetzt hier. Jetzt hier, hier, hier. Abhören. Ja, wir sind da nicht. So, jetzt. Einmal. Und. Zweimal. 23.000. Wir haben's gemeistert. Noch eine super Waute. Bam, bam, bam. Bam. Wow, ein Schneepflug mit Raketenantrieb. Alter, geile Sache. Und das sehen wir im nächsten... Nein. Ja, das sehen wir im nächsten Part. Also, schaltet wieder ein. Euer Feuerstachel. Hey, ich wollte den Laden gerade ausrauchen. Entschuldige. Der Dienstag war für mich reserviert. Aber hört jemand auf mich? Nein. Und sowas nennt sich dann organisiertes Verbrechen. estánira. Oh, 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 oh. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020